Oh, klick, klick. Ich hab deine Nase. Scheiße, er hat eine Nase! Du musst mir helfen, Mann. Meine Krawatte ist böse und sie wird mich töten. Bitte tu mir nicht weh. Hallo, Parkour. Hallo. Hey du, riech mal an meiner Blume. Loll. Loll. Hey Mann, was... Alter, was geht denn mit dir? Level up. Zuhilfe, ich werde ausgeraubt. Ich rette dich. Baummann, scheite zur Tat. Stirb, Kartoffel. Warum tust du das? Ich habe faul und Kinder. Der Schmerz, er ist unerträglich. Was hab ich getan? Sag meinen Kindern, dass ich sie liebe. Papi! Ja! Nein! Nein! Hey, weißt du, wer schwul ist? Du! Na komm schon! Ich hab den Kuchen gemacht. Oh, Junge, was für Geschmack denn? Kuchengeschmack. Ich mag singen. Ich mag tanzen. Ich mag Züge. Hey, da steht naiv an der Decke. Oh, tatsächlich. Oh, du hast meine Lunge geklaut. Stirb, Kartoffel. Heute nicht. Haha, sie sagten, ich könnte niemals einem Lama das Fahren beibringen. Nein, Lama, nein! Doktor, ich glaube, ich bin homosexuell. Wie kommen Sie darauf? Räne, kein Bogen. Was bist du, ein Mann oder eine Maus? Hey, Kinder, ich hab euch Kekse gemacht. Ja, ich hab Kekse. Ich mag Züge. Wie bin ich hierher gekommen? Ende. Hahaha, ich kann nicht lesen. Kätzchenschlacht! Nein, warte! Ich bin allergisch gegen Niedlichkeit. Was ist denn mit dir, mein Sohn? Ich mag Züge. Hahaha, ja, das tust du. Hey, weißt du, wer schwul ist? Ich kann's kaum abwarten, diesen Bagel zu essen. Doch, das kannst du. Ja, ich denke, du hast recht. Cake Bomb. Hey Mann, zieh dir meinen neuen Hund rein. Ah ja, ziemlich cool. Oh, da ist ja gar kein Hund. Joey, hast du mein Sandwich gegessen? Ich bin dein Sandwich. Hier, halt mal. Danke. Was ist dein Problem? Hör auf damit, was soll das? Ich will das nicht. Scheiß auf Schwerkraft. Mach's gut, Welt. Okay, Jim, man sieht sich. Wo gehst du hin? Oh nein, das habe ich jetzt nicht erwartet. Da ist etwas auf deinem Gesicht. Es war Schmerz! Warum passiert das nur? Welchen Grund hast du? Ich kann nicht... Ich schlage deinen Salat! Ah! Okay, Sohn, berühre nicht diesen Kaktus. Du bist für mich gestorben. Schatz, wieso ist das Baby am Brennen? Kauf mir mehr Schmuck! Denk nicht mal dran. Hey Leute, zieht euch meine neue Kamera rein. Wow, das ist gar keine Kamera. Stirb, Kartoffel! Nein! Ich mag Züge. Oh nein, 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 warte! Marmite, hast du meinen Pony gesehen? Ja. Ich hasse es! Ja! Marmite, warum mag dich niemand? Oh, Herr. Hey, wie war nochmal der Weg zu dir? Oh, okay, danke. Steve, ich befordere sie! Marmite. Ja, und jetzt sind sie gefeuert. Schatz, ich bin zu Hause! Marmite, was tust du da? Ich schlafe mit deiner Frau, John. Äh, ja. Hey, zieh mal an meinem Finger. Na? Papa, wo liegt Afrika? Frag deine Mutter, die hat aufgeräumt. Ich hasse dich. Ich hasse dich auch. Ich mag dich wirklich. Ich hasse dich aber nicht. Ich hasse dich. Hier eine Katze. Okay, danke schön. Wollen wir knuddeln? Aber die Katze. Es ist ein Esel. Wer bist du? Sag hallo zu meinem neuen Freund. Hallo. Schneid dir die Scheiße ab! Das ist nicht nett. Jedes Lebewesen auf dieser Erde hat Gefühle, sogar ein Möbelstück. Wirklich? Ja, alle außer der Typ da. Okay. Vorsicht, das ist eine Klippe. Bist du ein Zauberer? Ja, ich bin ein Zauberer. Ähm, entschuldigen Sie, servicen Sie Wurst hierzu. Oh mein Gott, er ist farbig. Er ist farbig. Steve, wie zum Teufel hältst du dein Haus so sauber? Oh, das ist ganz einfach. Ich bin zur Hälfte ein Besen. Heilige Maria, Mutter... ...klippe, wieder zuhören. ...klippe, wieder zuhören. ...klippe, wieder zuhören. Mann, das ist toll. Lass mich mal versuchen. Hm. Das ist kein Spiel. Guck mal, ich hab keine Hände. Verdammt, Jenkins! Eine Giraffe würde niemals ein Präsident sein. So haben sie wahrscheinlich recht. Endlich habe ich's bis zum Mond geschafft. Stürb, du Drecksack! Warum hast du die Milch umgeschüttet? Es war ein Unfall. Du warst ein Unfall. Hey, guck mal, ich sitz auf nem Pferd. Oh, scheiße, das ist kein Pferd. Hä? Die Unglaublichen Abenteuer von Rotman. Sie sind verrückt, Professor Doktor Günther. Wenn Sie denken, dass ich Ihnen sage, wo ich das Mädchen geschlagen habe, dann müssen Sie mich zuerst töten. Mama, guck mal, ich mach jetzt ein Salto. Leg es zurück, Timmy. Ne. Leg es zurück. Und, hast du's gesehen, Mama? Ja, habe ich, Schatz. Hey, hey, Kumpel, was machst du denn da? Ich versuche, Spaghetti zu essen. Mit einem Löffel! Denkst du, dieser Junge sollte zum Arzt? Bobby, nein! Nö. Moskito! Hey, was? Weißt du, was ich mag? Nein, sag's mir. Pizza. Magst du mich jetzt immer noch? Was ist das denn für ein Restaurant? Ich meine, das Ding lebt ja noch. Wer will uns essen? Töse ich! Nein. Nein. Nein! Nein! Ich meine, das Ding lebt ja noch. 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 Vielen Dank.